Etwa 20.000 bis 25.000 Pflanzen und Tierarten verschwinden Schätzungen zufolge jedes Jahr für immer von unserer Erde. Eine gefährliche Entwicklung, denn in der Natur hat jedes Lebewesen eine Funktion. Und irgendwann kommen diese Veränderungen am oberen Ende der Nahrungskette an, etwa bei Menschen. In Paris beginnt heute die Weltkonferenz der Artenvielfalt. Ziel des Treffens ist es, erstmals seit fast 15 Jahren eine globale Besamtbewertung unserer Ökosysteme und ihrer Bedrohungen abzugeben.